Digga, hier, Chat, bei der Szene, bei der Szene, ne, wisst ihr, was wir da gemacht haben? Das war eine der lustigsten Szenen. Ich weiß nicht wie, aber ich bin gerade zum Jotspar gelaufen, ne, und Kalle lag da einfach am Boden. Und ich hab gedacht, warte mal, den kenn ich. Dann bin ich, Edos und noch ein paar Jungs. Zu Kalle gegangen und anstatt, wie ich ihn aufgehoben habe, hab ich einfach irgendwann random angefangen, Kalle zu treten. Und dann haben alle Kalle getreten. Ich weiß nicht, warum das so lustig ist, aber es war so, wir haben jetzt nicht, wir distanzieren uns zu 100% davon. Aber das war jetzt nicht so, also es ist jetzt nicht extrem oder so gewesen. Um Gottes Willen, es war relativ locker. Also nix verwerfliches.